So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt spreche ich über all das mit Hubert Allwanger, Chef der Freien Wähler und stellvertretender Ministerpräsident Bayern. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Herr Allwanger, hat der Kanzler Sie heute Morgen mit der Regierungserklärung überzeugt? Also war Ihnen das Erklärung genug? Nein, natürlich nicht. Er sitzt etwas betröppelt da und hat jetzt die Scherben aufzukehren und zusammenzufügen, damit einfach Deutschlands Wirtschaft wieder handlungsfähig wird. Und hier sind ja den Ländern auch viele Versprechungen gemacht worden. Auch wir in Bayern warten auf viele Förderzusagen, die über diesen KTF abgedeckt gewesen wären und jetzt eben völlig in der Luft hängen. Das sind Mikroelektronikprojekte, das sind Wasserstoffprojekte, auf die sich die Firmen schon vorbereitet haben, wo schon Kosten aufgelaufen sind und wo wir jetzt zeitnah Klarheit brauchen. Und der Bund ist jetzt wirklich gefordert, hier zeitnah haushalterisch einen Weg zu finden. Dass wir dieses Geld bekommen, das wir für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft brauchen. Sie haben ja gestern sich getroffen mit Wirtschaftsminister Habeck, der Ihnen genau das zugesagt hat, dass die Projekte, die dort angestoßen worden sind, dass die Förderzusagen dann auch wirklich zusagen sind. Vertrauen Sie dem denn nicht? Ja, es ist alles auf wackeligen Beinen. Es ist jetzt ja so, dass die Strompreisbremse jetzt wohl über den Haushalt normalerweise abgedeckt ist. Aber dass wir für die Zukunft hier weitere große Fragezeichen sehen, ob die nächstes Jahr nicht wieder die Schuldenbremse reißen, ob sie nächstes Jahr nicht wieder eine Notlage feststellen müssen, um überhaupt die Zusagen einhalten zu können. Weil wir einfach von der Ampel raus nichts hören, was sie an Einsparungen plant. Ich schlage hier dieses Thema illegale Migration vor. Ich schlage vor, das Bürgergeld für Arbeitsfähige, die zumutbare Arbeit ablehnen, nicht zu erhöhen. Dort liegen Milliarden rum, die man dort einsparen müsste. Dort geht man nicht ran, erhöht sogar die Ausgabenspirale und weiß dann nicht, wie man das Geld beibringen soll, um die Wirtschaft zu finanzieren. Also mir fehlt hier wirklich der Wille, etwas zu verbessern. Herr Alwanger, Sie haben das schon einmal gesagt, dass Sie vorschlagen, bei illegaler Migration und auch beim Bürgergeld, bei der Erhöhung des Bürgergeldes sparen zu wollen. Haben Sie das mal durchgerechnet? Also wie viele, Sie sprechen von mehreren Milliarden, wie viel soll denn dadurch tatsächlich eingespart werden? Also da kommen wir durchaus in die Größenordnung, um diese Lücke schließen zu können. Bei der illegalen Migration reden wir ja von mehreren zig Milliarden Euro. Oder von mehreren zehn Milliarden Euro pro Jahr, wenn Sie das so wollen. Wir reden beim Bürgergeld von irgendwo vier bis fünf Milliarden, was allein die Bürgergelderhöhung ausmachen soll und dergleichen mehr. Also wir sehen hier große Finanzvolumina, die dort rumgeistern, an die niemand rangeht, weil man sich mit gewissen Klientels politisch nicht anlegen will. Dort muss man ran, dann könnte man fast diese Größenordnung sogar hereinsparen. Ich frage nochmal nach, wie genau wollen Sie bei illegaler Migration Geld sparen? Also was genau meinen Sie damit? Sie wollen ja, vermute ich doch nicht, das Asylrecht in Deutschland über Bord werfen. Das bräuchten wir gar nicht über Bord werfen. Wir bräuchten nur bestehende Gesetze anwenden. Die Menschen, die zu uns kommen, über Polen, über Österreich, über Tschechien, die kommen alle über sichere Herkunftsländer. Wir könnten die an der Grenze zurückweisen. Mir fehlt hier jeder politische Ansatz, hier diese Dinge mal ernsthaft zu probieren. Man sagt ja nur immer, das ginge nicht und wir könnten nicht. Andere Länder tun es. Wir müssen hier auch mal an die Grenze des Möglichen gehen und nicht immer sicherheitshalber sagen, wir gehen immer den Weg, der gegen Deutschland gerichtet ist, der viel Geld kostet und der jedem Migranten die Tür öffnet. Wenn täglich tausend Leute über die Grenze kommen und nur ein gewisser Bruchteil davon wirklich politisch verfolgt ist, dann muss man dieses System ändern, weil diese Menschen bei uns dann im Asylbewerberleistungsgesetz landen, Wohnung und Heizung bekommen, 410 Euro bekommen. Wenn sie die Duldung haben, dann 560 Euro künftig im Monat plus Wohnung, Heizung und so weiter. Das geht in die zig Milliarden, da müssen wir ansetzen. Mich würde tatsächlich interessieren, das mal durchzurechnen. Vielleicht versucht das jemand, vielleicht versuchen Sie es wirklich mal eine konkrete Zahl hinzulegen. Aber schauen wir noch einmal weiter. Wie stehen Sie denn zu einer Reform der Schuldenbremse? Ihr Ministerpräsident, dessen Stellvertreter Sie ja sind, ist da ja sehr klar. Er sagt eben, Schuldenbremse wird mit uns auf gar keinen Fall reformiert werden. Wie sehen Sie persönlich das denn? Ja, das sind ja genau die Zielkonflikte. Wenn wir weiterhin diesen Missbrauch im Sozialbereich dulden, dann bleiben schlichtweg für die Wirtschaft keine Mittel mehr übrig. Dann können wir uns eben Mikroelektronikfabriken, Wärmenetze, Wasserstoffprojekte, Batteriezellproduktion in Deutschland nicht mehr leisten, weil wir von der Hand in den Mund alles sofort verspeisen, was aus dem Steuerzahlertopf kommt. Wenn wir mehr Mittel ins System bringen wollen, nur dadurch, dass wir neue Schulden aufnehmen, dann stoßen wir an die Grenzen der Schuldenbremse. Also entweder Soziales oder Wirtschaft, beides kriegen wir mit der Schuldenbremse nicht hin, in diesem Ausmaß wie derzeit. Also dann wird die Schuldenbremse geöffnet, um die illegale Migration weiter durchzuhalten und trotzdem Wirtschaft finanzieren zu können. Also irgendeinen Weg müssen wir gehen, so können wir nicht weitermachen. Sie machen an der Stelle noch mal die Verbindung von Migration und Schuldenbremse. Ich glaube, wenn man auf die Investitionen in Sachen Wirtschaft schaut, dann ist da deutlich mehr Geld noch mal, was da eben für die Schuldenbremse oder wo die Schuldenbremse an ihre... Wir reden hier über 60 Milliarden. Wir reden über 60 Milliarden im KTF und wir reden über mehrere 10 Milliarden durch die illegale Migration jedes Jahr. Also diese Mittel sind aus der illegalen Migration herauszuholen, wenn man will. Herr Alwanger, wo sehen Sie die Rolle der Länder an dieser Stelle? Ja, dass wir hier auch kofinanzieren, das tun wir ja, dass wir bei vielen Projekten einen Landesanteil bezahlen. Der Bund bezahlt einen Teil. Wir organisieren die Abwicklung vor Ort, organisieren die Baugrundstücke für neue Produktionsstätten und so weiter. Also wir wirken hier sehr intensiv mit dem Bund zusammen und haben auch die Forschungseinrichtungen, die wir finanzieren, die dann mit den Produktionsbetrieben kooperieren. Also Bund und Land müssen hier eng abgestimmt zusammenarbeiten. Und diese Projekte wurden ja gemeinsam erarbeitet mit der Wirtschaft, mit Land und Bund und wurden für sinnvoll erachtet. Und jetzt trifft uns eben die kalte Dusche, die da lautet, kein Geld da. Hubert Alwanger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hubert Alwanger, der Chef der Freien Wähler, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und natürlich Wirtschaftsminister. Danke nach München. Ich danke Ihnen.